Ui 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 Mindestens 3 Ui Oh Wollt 3 Fünn B Mindestens 3 Runde Ui Wie lange müssen wir jetzt noch sprengen? Mindestens 3 Stunden Minuten Tage Alles Wisst ihr wie viele Dünner ich diese Woche hatte? Wendel ist mir in dieser 1 2 Alain Herzlich willkommen zur Dafa sagt noch mindestens drei Wochen und Monate mal wieder ich bin auch dabei ja auch gleich die der reise der Kieler Torpreiz nach Gottkirchen und davon von 80 wenn ich auch genau die Füße johann sagt nicht sprengen ja okay nicht sprengen das ist nicht so gut für eure gesundheit also unsere erste aufgabe ist dafür sagt springt ein bisschen hier rum auf die sind schön ich denke das ist nicht gut für unsere gesundheit entscheidet ja genau das hat ja nein hier ist der resistenz das ist gut das ist gut dafür sagt wenn ich bei null angekommen bin springt keiner mehr 3 2 1 0 Martin Martin nicht sprengt nach die Leiche sind einfach auf den Boden gefallen machen wir das gleiche nochmal und los geht's Alter von mir ich hab überlebt Jonas hat schon gewonnen wir dürfen nicht sprengt hier ja er hat sich darf nur Sark gesagt jawoll auf zur nächsten Runde so neue Runde neues Glück du reichst wieder bei mir leckt das voll mein ooooh 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 darf nur Sark springen auf diesem Ding okay ooooh ooooh runter von dem Ding Martin 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 ist runtergegangen Martin er ist wieder draufgegangen er schloss das zerren darf nur Sark runter von dem Ding in 3 2 1 er zauber das springt nur wie hat er ich bin gnädig gut darf nur Sark Jonas du siehst doch das das Wasserbecken da unten ich soll reinspringen gleich nein jetzt sollst du reinspringen YOLO ach scheiße ok Ganschi du bist dran springen in das Wasserbecken darf ich was sagen ich glaub das überlebt man nicht das überlebt man das Wasserbecken ist nur ein Block tief dann mach ich sein tiefer für dich das überlebt man Lottger so also es ist tief genug es ist sieben tief NAH also Ganschi spreng in das Wasserbecken ich weigere mich du hast das gesagt du hast dich dafür sagt gesagt ich weigere mich ab sofort mach ich so wenn jetzt jemand petzt dann wird er auch geslade dass er nichts gesagt haben sollte ok Martin verdammt aber nur 2 dafür sagt der erste der unten ist gewöhnt los gehts ohne zu sterben natürlich ich bin unten ich hab gewonnen ich bin unten ok Ganschi hat gewonnen NEXT ROUND ding 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 so auch nächste Runder darf los sagt stellt euch alle mal an diesen Skin hier ich merk grad ich hab keine Tränke warum nicht an meinen Tränke machen ja eh keinen Schaden Flo ja aber damit ich zeigen kann wohin übrigens sind die verbrotten komm Kian rutsch ein bisschen ran darf los sagt Ganschi hilf füllen wir die Lücke hier ja los komm du Lückenfüller Martin du gehst in die Lücke hier sieht immer noch nicht gut aus wieso stehe ich so weit weg von der Gruppe weil du scheiße bist Ganschi dann stell dich neben Kilian Kilian ha 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 geht schon ok Kilian du schützt dich neben du wohnst das wollte ich das mach das Kilian hallo ne er hat sich davon sagt ok äh boah bist du schlau hä ich hab vorhin gesagt wer petzt der wird auch getötet ich ich hab doch Martin hat doch gepetzt nein oh nein Flo ich hab doch gar nicht gepetzt doch hast du du hast gesagt ich hab doch nicht davor sagt ach ja stimmt es geht doch ja 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 von mir aus dann bist du halt noch dabei komm stell ich hin ja ich bin auch noch da nein Ganschi du bist tot ok da Flo sagt folgt mir wohin hier hin also ich bin nicht in deinem Van nein wir schauen uns die Stadt ein bisschen anders also das Haus sieht verkrüppelt aus das Haus sieht auch verkrüppelt aus ich hab ich habe also ich muss sagen das was hier sieht am besten aus auch direkt zu Hause da kommt man so richtig geil offen ja das auch okay doch so sagt mich doch einfach hätte er sagt mal in die Runde so was fehlt darf nur sagt stellt euch in die Runde dahinten ich habe gesagt dass das was abstehen doch nur sagt stellt euch in die Runde hier hier diese hier dann gehst du wirklich weg du bist draußen Jonas du ist nix gerade also Flo ich will wenigstens stehen dann trinkt einen Unsichtbarkeitstrank genau ja du lässt mir ja gar keine Chance ja ich weiß gut dann schaut mal nach oben ja schaut nach rechts ich mach es ich mach es schon mal sucht euch einen Partner dafür sagt sucht euch einen Partner aber ich weiß es schon mal warte los dann kommt das Toten alter Jonas nein komm also Jonas komm dir zurück zu Martin Martin dann kommst du wenigstens zu uns her Jot, dafür sagt's. Geht beide wieder in die Rinde rein und schaut nach Oban. Oh, wunderschöne Sterne. Alter, das sieht creepy aus. Das ist ja so romantisch. Okay, ähm. Okay, ihr könnt's wieder mich anschauen und dann geht's weiter. Oh, keiner will. Dafür sagt's, springt einmal. Der Fluss sagt, springt noch einmal. Los Jonas, komm. Der Fluss sagt, springt noch einmal. Komm näher. Der Fluss sagt, springt noch einmal. Und noch einmal. Jonas, komm. Elian, trinkst du nun die Verkästchen? Alter, kennst du halt die Fresse. Ach so. Ist ja kompliziert. Ja. Hier, Kelian, kannst Wein haben, aber... Nancy, pscht, die müssen sich konzentrieren. Oh, dann, dann snickt einmal ein bisschen. Schaut mich an. Dafür sagt's, nie können. Boah, seid ihr schlecht, ey. Ich hab' nicht versucht, dass du schickst. Oh, dann will Gott in den 5. Modus gehen. Oh, ja, ja, ja. Dafür sagt's, schaut aufm Boden. Ich hab' nicht nur die Wette schnurig, Gabi oder sowas. Dafluss sagt, springt aus dem Löchlein hinaus. Dafluss sagt, ihr könnt wieder euch ganz frei bewegen, wie ihr wollt. Und folgt mir dabei. Wird es auch für die ihr anguckt kriegt, doch? Ja, ja, klar. Dafluss sagt, folgt mir. Hey, penis. Und wir gehen weiter durch die Stadt hier. Ja. Yay. Pferde. Boah, hier ist man ja voll schnell, weil es geht ab. Stopp. Nein, ich bin weitergegangen. Auf jeden Fall. Dafluss sagt stehen bleiben. Martin, gehen wir zum Jonas lieber. Kann ich euch ein bisschen helfen. Dafluss sagt Martin jetzt zum Jonas. Ja, komm her, Martin, komm her. Oh, ja, oh, ja. Oh, Jonas. Einmal lass' ich's nur durchgehen. Okay. Ist Nickerei da. Soll werden die Scheine da gebaut. Ich nicht. Okay, gut. YOLO. Das ist auch letzte Warnung, gell? Ja, meine Tast hat geklemmt. Ja, ja, ja. Dafluss sagt, springt einmal. Dafluss sagt, springt zweimal. Dafluss sagt, springt dreimal. Dafluss sagt, springt zweimal. Was? Hast du gesagt? Dafluss sagt, springt einmal. Und weißt du schon, war noch ein drittes Mal. Ach, Mann. Dafluss sagt, springt einmal. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Also, sneakin ist dann, sneakin gebleiben, dingsen. Achso, das wurde sie. Achso, du hast gesagt. Einmal für mindestens drei Minuten. Alter, Kilian hat mir mindestens drei Minuten. Mindestens drei Minuten. Mindestens drei Mal. Dafluss sagt, halt aufzusnicken. Dafluss sagt, snicken. Dafluss sagt, halt aufzusnicken. Dafluss sagt, halt aufzusnicken. Dafluss sagt, snicken. Dafluss sagt, snicken. Aufhören. Ha! Boah, Gangchi. Voll Gangster hier, gell? Ja, bin ich auch. Hinter euch steht das Skalad-Reiter. Ohne Körper. Ja, bin ich auch. Teil dir mal bitte ruhig im Hintergrund. Sorry, sorry. Oh ja. Oh. Oh. Alter, geh nicht durch mich durch. Ich will aber durch mich durch. Okay, dreht euch um zu mir. Wenn Flo so hinter uns steht, geh mal in F5. Dreht euch um. Umdrehen. Immer noch umdrehen. Und ich war schlecht. Nach rechts. Nach links. Dafluss sagt, und 85 Grad nach links drehen. Okay, das ist ja easy. Huuu. Hör drauf, geh jetzt nicht. Also wer ist jetzt? 85 Grad, hab ich gesagt, gell? Ja. Wir sind ja wohl 85 Grad. Ja, ich weiß. Wer ist jetzt raus, der, der sneaked hat oder der, der nicht sneaked hat? Keiner. Sollen wir doch sneaken oder nicht? Ihr soll doch sneaken oder nicht? Ihr soll doch sneaken, hört doch nicht auf den Genchi. Ja, easy. Ja, palm. Weg ist er. Weg ist er. Weg ist er. Weg ist er. Mit der Versage dreht euch um 128 Grad nach rechts. Ziemlich verarschen. Nach rechts. Nach rechts. Das ist ja eine meiner leichtesten Übungen. Okay, also Martin dreht sich so. Das waren ungefähr 180 bei Martin, oder? Jaja. Na, ich weiß ausgehst, ob du von 85 Grad ausgehst oder von 0 Grad, wenn du meinst. Ja, von den 85 Grad von vorher. Weißt schon. Na, wow. Das ist ja, das muss man mir ja sagen. Ja, das muss man verstehen. Oh, Martin. Du siehst aber schön von hinten aus. Okay, dann. Du auch, Jonas. Jonas gibt's von hinten. Alter, wie man die einfach nicht klein kriegt. Gut, dann machen wir's auf die alte Methode. Mit Kistenraten. Mit Kistenraten. Mit Kistenraten? Lass mich verarschen. Die Methode sind doch irgendwelche Fragen oder so. Nimm lieber Fragen. Und wer auch immer das ist, hör auf mit dem scheiß Pferd. Was nehmen wir denn? Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und das nehmen wir noch. Pam, pam, pam. Gut. Okay, Kilian. Okay, es war Genshi. Genshi, ja auch. Dafür sagt, stellt euch mal hier so... Moment. Kann man hier die... Ja, hier kann man die Kiste erreichen, gell? Jonas! Hä? Ja, wo? Stellt euch einfach hier ganz normal hin, wo ihr jetzt seid. Und schaut in Richtung Kiste. Okay. Ganz normal hin, schnell schnaflos hackt. Einfach hier so. Also ich hab jetzt... Du darfst mir die Kiste nicht erreichen. Ich hab jetzt... Vier Blöcke in der Kiste. Äh, wer mag denn... Du willst mich verarschen, oder? Ja. Wir sollen uns erraten, was das für Blöcke sind. Ja. Wer auch immer grad in die Kiste schaut, soll aufhören, damit ich seh, ob die jetzt spicken oder nicht. Ja, ich komm hier nicht dran. Ja, ich bin zwölflich. Also, wer mag denn anfangen? Wollen wir die... Kann ich auch mal kurz kommen? Der tritt ein Schritt nach vorn. Wollen wir die... Also warte mal, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Alter, seid mal bedrückt. Sind da... Alter Kilian, unerschön. Sind da Blöcke oder alte Blöcke? Also ganz normal aus der Kategorie Baumaterial. Darf man da nachmachen? Nein. Ich sag, ich... Ich moin, wir machen jetzt Zufallsgenerator. Sind da auch, ähm... Genshi, sag mal Stopp. Stopp. Jetzt bin ich nochmal. Stopp. Martin darf anfangen. Mhm, mhm. Also Martin. Mhm. Welcher nach... Was glaubst du, was für Blöcke da drin sind? Ich vier. Muss ich jetzt vier sagen? Nein, welche? Welche Art von Blöcken? Hä? Ich versteh's nicht. Ich versteh's jetzt auch nicht. Ich versteh's jetzt auch nicht. Also mindestens drei, ne? Nein, nicht die Anzahl. Welche Art von Blöcken? Ob das jetzt Kies oder Cobblestone oder was weiß ich ist. Ja. Sag einfach, was ist das für ein Loch? Na, es ist ein Cobblestone drin, ne? Falsch. So, Jonas. Deine. Nein. Äh, ein dir eher. Martin. Martin. Äh, es ist ein Eichenholzbrett drin, ne? Ja. Ein Fichten. Jonas Rheinbaum heißt das sicher. Wuuu. Das ist, das ziemlich unfair. Ja, weil. Das ist ja wohl. Jawohl, das ist ja wohl. Jawohl, das heißt nicht, dass Jonas damit gewonnen hat. Natürlich, er hat ja leider nur für das. Ich hab' auch mit den Raketenkehren bitte. Ich hab' auch mit den Raketenkehren bitte. Ich hab' aber den Grad trotzdem auf. Also, dann pass' doch mal. Also, dann pass' doch mal. Püschel. Ja, aber nach Zufall, und die bin doch echt scheiße. Das hat ja nicht trotzdem gewonnen. Das hat aber nichts mit können zu tun. Ich hab' trotzdem gewonnen. Nein, so nicht. Doch, hab' ich wohl. Doch. Du fließt halt einfach rein. Alter, hört mal Bedarfnis. Mindestens dreimal. Dann müssen wir jetzt gleich noch ein paar Runden. Oh, das ist eigentlich die neue Map.